Der Feuerschamane ist ein etwas längeres Event in den Eisensümpfen, der Eisenmark oder wie auch immer das Gebiet zur Zeit heißen mag und wir starten hier und laufen zu dem Herzchen da drüben an diesem Schlauch, an diesem Tunnelgebilde, da gibt es zwei Eingänge, der untere ist im Grunde immer offen, allerdings kommt man da nicht regulär in den oberen Schlauch, hier bei diesem Herzchen, bei dem Questgeber, da gibt es ein Tor, das man einrennen kann und das ist im Grunde der einzige Eingang zu dem Schlauch, zu dem man auch zu dem Feuerschamanen kommt und wir versuchen einfach hier alles zu ignorieren und laufen einfach nach oben. Schlauch! Schlauch! All shall bow, all shall have the truth burned into them, we shall rise and cleanse this world of the weak and unfaithful! the 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 Hier oben auf dieser Anhöhe beginnt auch das eigentliche Event. Und hier diese Ecke, sollte man sich merken, da trifft man sich im Grunde nach jeder Runde. Hier steht eigentlich auch so eine komische blaue Kuppel, in der man keinen Schaden bekommt, wenn man darin steht. Allerdings auch keine Skills mehr hat. Das heißt, man kann natürlich nicht angreifen, aber man kann sich kurzzeitig in Sicherheit halten. Allerdings habe ich Siegertempel der Drainer haben begonnen, in diesem Run überhaupt nicht gesehen. Keine Ahnung, woran das gelegen hat. Ja. Also in der ersten Runde geht es einfach darum, diese Feuer-Animentare zu erledigen. Der Feuer-Schamane ist da. Wenn man, so wie ich, hier am Anfang noch relativ allein ist, holt man sich so zwei, drei da raus und macht sie dann in Ruhe. Aber im Laufe des Kampfes bekommen wir auch noch Begleitung hier. Feuer-Elementare läuft. Wenn die jetzt erstmal erledigt sind. Sehen wir wieder Champion Schlacketurm. Da haut ziemlich gute Nahkampf-Attacken raus. Da ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, hier auf Fernkampf zu gehen. Da ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, hier auf Fernkampf zu gehen. Fulgoth demotnie ist da. Jetzt hat man ihn geschafft, möchte man denken. Oh nein, stattdessen gibt es eine weitere, ruhende Feuerelementare. Da sind auch noch ein paar dabei, die wirbeln so ein bisschen herum, von denen sollte man dann möglichst Abstand halten, die sind schon ein bisschen unangenehm. Ansonsten geht das gleiche wie in Runde 1, immer ein paar rausziehen und ihn dann fertig machen. Es gibt nichts für mich zu machen. Ah! Retreat! Ist das erledigt, geht's weiter zum Schlaggedurm. Genau. Also er wirft jetzt gerne mal mit Äxten rum, die ein bisschen umwerfen und auch ein bisschen Brennen verursachen. Und er zieht hier auch diesen Feuerkreis. Ich weiß gar nicht, welcher genau das ist. Jedenfalls bei einem dieser Kreise wirft er sämtliche Fernkampfgeschosse zurück. In Form so eines, ja, so eines Blitz-Dings. Allerdings bekommt er trotzdem Schaden dadurch. Also die werden nicht einfach zurückgeworfen, sondern er bekommt jetzt Schaden auch. So, wenn man ihn dann endlich erledigt hat. Es sei ein Feuer-Elemente, aber... Okay. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Also jetzt macht er Besonderlich viel Neues nicht mehr Beziehungsweise nichts mehr, was Großartig Schaden macht Oder die Gruppe ist einfach zu groß jetzt, als dass das noch eine Rolle spielt Jetzt wird er erstmal einfach niedergewalzt Stopper! Retreat! Was ist das? 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 Und wenn man jetzt mal hat ihn geschafft zu haben Hat man recht Was ist das? 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 Was ist das?